Der Irrtum, dass wir die Natur lenken können, der führt ja zu den Problemen, die wir haben. Dass wir ein Wirtschaftssystem eingerichtet haben, das nicht mehr geeignet ist, die Erde so zu bewahren, dass es für die siebte Generation nach uns noch gut ist. Wir haben es früher indigene Völker gesagt, wir müssen so entscheiden, dass es für die siebte Generation noch gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020